Hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Mario 3D World, den finalen Part. Sind wir bereit? Nein! Aber uns bleibt ja nichts übrig. Wir haben nur noch den Weg der Champions vor uns. Wir haben das letzte Todrätsel, das letzte Rätselhaus geschafft im letzten Part, Weltkrone. Und jetzt kommt Weltkrone-Level-Krone. Das schwierigste Level überhaupt. Die Krone des Spiels quasi. Oh mein. Für uns beide Blind, wir bleiben auch so, Mario und Peach, Dream Team. Wir haben das Level noch nie gemacht. Und fängt ja schon mal gut an. Hallo Toad. Das gefällt mir jetzt schon nicht. Das erinnert mich an diesen letzten Level von 3D Land. Ich glaube, Tanuki ist hier mega praktisch für mich, ey. Ja. Es gibt hier auch alles, ne? Sticker. Ja, es gibt drei Sterne hier. Oh, 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 wow. Gut, äh, ja, verloren. Es gibt hier einen Sticker, drei Sterne. Ganz normal. Die letzten im Spiel. Dio, du, 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 du. Zack. Zack. Ich bin das so gewohnt, dass man sich an Kanten festhalten kann. Das macht mich fertig. Oh. 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 Uah. Okay. Oh Gott. Uah. Ah, Mist. Ich glaube, du bist abgerutscht. Ja. Okay. Nein, ich wollte den Easy Weg machen. Hier ist noch gar nichts gewesen, okay. Gab's überhaupt einen Midway Point? Weiß ich nicht. Nee, bestimmt nicht. Oh, hallo, Luma. Dann. 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 Ey. Okay. Ja, mit Peach ist das deutlich einfacher und mit Tanuki. Mit Peach ist das super. So. So. Uh, 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 uh. Wow. Hey, Hilfe. Mist. Das habe ich gemerkt. Das bin ich falsch gesprungen. Das ist doof. Okay. Gut. Aber, Junge. Du machst es doch immer spannend, ne? Ja. Oh. Oh, toll Tanuki ist hier Megapraktisch Ich wäre auch praktisch eigentlich Und, das war der Erste Okay Boing Ich kann dir hier alle leben Oh, du hast ja gar nicht so viel Leben bei dir Nee, ich hab den Trick bei Oh, die Teile fallen auseinander Herzlichen Glückwunsch Ach, sie kommt zurück Okay, immerhin Oh, nein, mein Tanuki Ich brauch den doch Ohne den bin ich hilflos Du kannst wenigstens fliegen Ich nicht Ja, ich kann das zum Glück immer Äh 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 Megelzend Äh 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 Auch noch Fuzzis Was soll der Keks Äh Na toll Nicht runterfallen Oh Ach, die bewegen sich so rum Nicht reinrennen Bin ich ja gar nicht Bin reingespawnt Äh Nein Ah Oh, nein Warum ist Mario nicht rübergesprungen Oh, ätzend Wir müssen schneiden Ach, naja Vielleicht sollte ich mich töten, damit ich wieder groß bin Macht das mal Okay, wir sind ja eh wieder jetzt an der Stelle an Eben Äh, toll Wow Okay, äh Konzentration Gut Ich hab ja alle Zeit der Welt Ja, das haben wir eigentlich alle So Alter Das ist echt heftig Oh, Mist Okay Oh, ein Glück Wart auf mich Zwei Sterne haben wir schon Ey, es gibt hier wirklich keinen Midwaypoint Nein, das wird ohne sein Toadman, hilf mir Gibst du mir ein Item oder so Warum nicht? Warum stehst du dann da? Du dummes Vieh Oh, sowas auch noch Äh Äh Oh Wah W-w-w-w-w-w Okay, wieder kurz runter Du bist gesprungen, ohne dass ich drauf vorbereitet war Oh Woher soll ich das denn wissen? Ey, du bist auf mich drauf Danke Peach kann ich nochmal, glaube ich Du machst die tot dann Wir brauchen die Ja Toll Das hab ich nicht gesehen Äh Ja toll Wie soll man das denn schaffen? Warte, ich komm gleich Hallo Wie soll man das denn schaffen? Ich bin echt grad noch verwirrt Ich bin echt grad noch verwirrt Du musst das, glaube ich, ganz langsam Ah nein, hier fehlt der Typ Da hab ich den weggestorben Okay Okay Ich komm mal hoch Ich töte mich Mach das Ah, haben wir hier etwa noch einen Versuch Äh Ich glaube, wir müssen auf die Viecher drauf Ja Mach du das mal Weil die sind dann nämlich weg Okay, warte Ich geh wieder runter Nee, die kommen wieder zurück Ja, ja, klar Die sterben nicht insta Das wär ja unfair Warte Ich versuch's nochmal Vielleicht nochmal ne Blase Das kann ich nicht machen Ja, wenn wir beide drauf spielen Geht das schief Okay Was ist jetzt? Achso, schwimmen Okay Äh Ah, klar Alter Aber das ist cool Das ist auch wieder Ja, aber wie in diesem Level Dir das Herz schlägt, ne? Mhm Ah Auch noch bewegen Oh, mein ganzes Danke Du bist auf mich drauf geschwungen Was kann ich dafür? Ich kann doch nichts dafür Dass du das bist Oh, 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 oh Wow, 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 wow Was? Äh So viel Zeit haben wir uns jetzt auch nicht gelassen Mach mal du erstmal Bevor ich hier zurückkomme Du kannst dich doch zurückverwandeln Ja, aber dann bin ich genau in den Stacheln Gut Runter, runter, runter Mario Nein, nein Geh da rein, geh da rein Oh, du bist noch drin Hä, du bist du drin? Ja, okay Ich hab auch gar gesagt, was? Was? Lass mich erstmal zurückkommen Ja, wir haben nicht so viel Zeit, komm Okay, mit dem Es ist schwieriger Äh, es ist leichter als es aussieht eigentlich Wieso bin ich abgestürzt? Nein, nein Oh, Gott Oh, Gott Warum war das gerade so gelenkt? Ach, das war's hier Oh, ein Glück Du bist noch tot Oh nein Wir waren beim letzten Oh Fuck Mann, wir haben alle Sterne gehabt Wir hatten alles Alles Nein, Sticker Sticker hat noch nicht Warum foltern die Japaner und so? Oh, wir sind wieder da Wir rennen gleich los, weil Zeit und so Ja, diesmal haben wir aber mehr Zeit Ja, zum Glück Trotzdem Zu viel ist hier zu wenig Äh, die Scheibenwilder Ich verstehe den Nein Wow Knappe, 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 knappe Kiste Oh, wie soll man denn dadurch nicht Schaden kriegen? Was seid ihr für Assis? Oh, wir müssen hier die ganzen Münzen kriegen Nein, ich bin tot Nein, überlebe, überlebe, überlebe Ich versuche einfach zu schweben Da komme ich Okay Huh Okay, jetzt fehlt nur noch eine Hab sie Rein, 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 rein Ich bin drin Huh Okay Ich glaube Haben wir es geschafft? Thank you Wo bin ich? Hä? Wo bin ich? Du musst nach Ores Mach ich doch Gut Okay Aber ich glaube Wir haben nur noch die Zeit Die uns im Nacken sitzt Okay Das reicht schon Thank you Thank you Wo ist der Sticker? Ich hoffe hier Jetzt sehe ich noch keinen Ich auch nicht Wir haben noch 30 Sekunden Okay, rein Da ist der Sticker Alle bedanken sich Danke, ich habe aber keine Zeit Du musst übrigens jetzt hier springen Spring du Wir haben es geschafft I can't believe it Alter Heilige Scheiße Mit einer Münze Wow Jetzt wüssten wir eigentlich noch zwei Mit allen Charas geschafft Ja, das machen wir jetzt auch noch Mit Luigi First Try Ich schwöre Ja, bestimmt Luminati confirm Was? Klar, logisch Alter, Falter Boah, bin ich fertig Ja Wir haben alle Sterne im Spiel Mhm Hast alle Level mit Mario beendet Du erhältst einen neuen Stempel Wow Flomp Das lohnt sich sowas von gar nicht Yay Flomp Und jetzt müssen wir noch mit drei weiteren Charakteren das schaffen Aber das machen wir schnell aus Wir zeigen euch nur, wie wir die Stempel erhalten Ja Okay, also Bis gleich Bis gleich Wow Okay, alles gut Tod kommt ja als Blase Okay, muss er wirklich nicht hinter die Fahne? Nee Er muss das Level mitwenden Ach, da ist das echt schön Wir haben es geschafft, ey Boah, Alter Alter Man sieht, wir haben jetzt den Trick am Ende angewendet Du musst drücken Ach ja, stimmt Ja, er ist dabei Ja, sehr schön Mensch, Toad hat viel im Level mitgeholfen Alter Aber er hat weniger Nerven gelassen als wir Wir haben es nun mit allen Charakteren beendet Wir haben am Ende einfach die Wii-Mode als dritten Spieler genommen Und damit den Level beendet Ja Und haben quasi den Charakter mit dazu bekommen Das kann man auch mit vier Charakteren gleichzeitig machen, wenn man das so will Ja Und damit haben wir es geschafft Wie? Hä? Hä? Wieso? Weil Toad nicht an der Fahne war Nee, das kann nicht sein Doch Ich erinnere mich nämlich dran, dass die mal gesagt haben bei dem Tier, dass sich alle Rundrum stellen müssen und dann zeitgleich springen drücken sollen, damit der Timor nicht so schnell abläuft Was? Deswegen wollte ich sagen, wir stellen uns erstmal hin Scheiß, die Wand an, ne? Tja Okay Dann müssen wir es noch einmal machen Ein drittes Mal Mit Toad Toad ist der schlimmste Na, eigentlich müssen wir es nicht mit Toad machen Wir müssen nur Toad als letztes Spieler reinnehmen Wir können doch Rosalina und Peach nehmen Wir können auch Peach und Toad nehmen Dann wissen wir, dass Peach ankommt und Toad kann dann die Fahne springen Toad hat sich abgemeldet So Toad ist Toad Toad ist Toad Okay, 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 ein letztes Mal noch Arschmacken zusammenkneifen Ich nehm, ich nehm Peach Ich nehm Peach Block Block Wollte mal gucken, ob wir jetzt wirklich sechs Sterne haben Zurück zum Titelbildschirm Oh, wir haben das Spiel fertig Wie ihr seht, das Spiel ist 2013 erschienen Ich hab's auch seit 2013 und seit 2013 arbeiten wir an diesem LP Das heißt, wir haben fast vier Jahre an diesem LP gesessen Was daran liegt, dass wir uns natürlich nicht so oft sehen, dass wir es sicherlich spielen Das kommt noch dazu Ja 30 Parts klingt ja nach nichts eigentlich Aber wir haben halt nicht so oft die Zeit uns zu sehen im Jahr Und wir haben, glaube ich, drei, vier Treffen gebraucht Um das Spiel komplett abzuschließen Und wir treffen uns so einmal im Jahr circa Ja, richtig Und das haben wir dafür zusammen Das haben wir zustande gebracht Geil und was Also es sind Mini-Gumbas Alter, so Abschließende Worte Es ist kranker Scheiß, das letzte Level Aber das Spiel allgemein hat mir sehr viel Spaß gemacht Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir Außer beim letzten Level, da hoffen wir, dass ihr viel mehr Spaß hattet als wir Wahrscheinlich Ey, echt, alle Stempel haben wir geschafft Wir haben alle Level zu 100% Boah, ich danke fürs Zuschauen Ja Alter, unglaublich Mal sehen, was wir als nächstes spielen Gar nichts Was? Als nächstes bringen wir uns gegenseitig um Okay Hab noch mein 100 Leben Okay Bis dahin Macht's gut Ciao Bye Bis dahin 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 Untertitelung des ZDF, 2020